Morgens das erste Mal das Telefon klingelt, dann beginnt mein aufregender Arbeitstag, weil ich ja nie genau weiß, was jetzt gerade für ein Anliegen auf mich zukommt. Ich habe ja vorher gar keine Ahnung gehabt von der Kundenbetreuung, mit dem Computer selber hatte ich vorher wenig Kontakt. Auf die ganze Schulungsphase ist man richtig gut herangeführt worden. Ich mache Schulungen zum einen im Kommunikationsbereich als auch im fachlichen Bereich. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter dauert je nach Projekt circa zwei bis sechs Wochen. Ich bin nie alleine gelassen worden mit meinen anfänglichen Problemen. Ich bin gerne für meine Mitarbeiter da, die können wirklich mit jedem Anliegen zu mir kommen. Es hat ein sicheres Gefühl gegeben, gleich einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen. Ich finde es auch richtig gut, dass es auch bei uns eine Kantine gibt. Wenn ein Mitarbeiter bei mir etwas auf dem Herzen hat, dann bin ich froh, wenn er den Kontakt zu mir sucht, wenn er offen zu mir ist. Und am schönsten finde ich es dann, wenn am Ende jeder Mitarbeiter mit einem Lächeln auf den Lippen nach Hause geht. Das Tolle an unserem Job ist auch, dass man bei manchen Auftraggebern auch im Homeoffice arbeiten kann an manchen Tagen in der Woche. Ich habe einen Hund und möchte den gerne allein versorgen und dank Homeoffice und natürlich auch dank Splittdienst ist mir das möglich. Die drei coolsten Sachen sind meine Kollegen, sind meine Kollegen, sind meine Kollegen. Meine Damen und Herren, bin ich zufrieden. Ja, damit bin ich zufrieden.